da sind wir beim nächsten opening the meaning of life may be ein secret layer aus ich habe gelernt ich soll hinten drauf schauen 20 22 aus 20 22 vom lieben liblab aka fabi aka liblab 1 auf card market könnt ihr mal wie die beschreibung schauen großartiger mann hilft uns immens auf diesen channel und deswegen ja sehr sehr cool und wir gucken zwar nicht enthält fünf karten mal gucken was die fünf karten sind erstmal haben wir so ein was was ist das ach das ist das secret layer und dann so nach hinten und wir haben einen papier booster ok ok ich packe das mal wieder beiseite papier booster wurden auch irgendwann eingeführt und dann irgendwie ich habe keine neueren zirkulär aufgemacht ehrlich gesagt dementsprechend weiß ich nicht was die zirkulär aktuell sind was für dinge könnt ihr mir in die kommentare mal schreiben ob es immer immer noch papier booster sind oder ob sie wieder gewechselt haben ich fände es cool wenn sie ein papier booster bleiben sind und zwar haben wir was forst flotation sechs manor enchantment immer wenn gegner eine karte ein spell castet muss der spieler sieben karten ziehen was was es sieht ganz großartig aus aber ich kannte die karte nicht es ist passiert ja nicht so oft dass ich eine karte nicht kenne aber die karte kann ich nicht oh mein gott ist ja großartig dann haben wir future side da können wir die oberste karte des decks anschauen können wir sie casten dieses artwork ist ja wirklich schön so von so ein bisschen hier und du hier und du hier das ist ja schön sind die alle vom selben gemalt ja ori tour ja mental misstep oh mein gott ist das eine katze die kein gesicht hat was ist denn mit dieser katze los pause sind stimmt es sind auch nicht alles was stimmt mit dieser katze nicht ja mental misstep einer der meistgespielten karten als er legal war ganz kurz und wird immer noch sehr viel im vintage gespielt dann haben wir meins die lachen oh mein gott das ist auch so das gesicht wird da so reingezogen wird einem schwarzen loch ins nächste seht ihr das das ist ja interessant sieben mann entscheiden mit immer wenn der gegner eine karte das erste mal in dem zug spielt musst du dir ob er gerade das decks exilen wenn es nonline karts ist können wir die kasten one mind is small vessel okay spannend alle blaue karten tatsächlich richtig richtig und wir haben noch okay nicht alle blaue karten entschuldigung wall of the lost dreams oh mein gott ist die hübsch vier meiner artefakt immer wenn wir leben bekommen können wir x leben bezahlen x mana bezahlen wobei x die anzahl an leben ist oder weniger und wir ziehen x karten das artwork ist ja mal der shit das artwork ist wirklich cool und wir haben ein shadows liver alle sliver im shadow ja sehr 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 cooles secret layer mal wieder vielen vielen dank an den lieben fabi aka liblab 1 wie gesagt schaut meine video beschreibung vorbei dort sein card market verlinkt vielen dank für die unterstützung wenn ihr mich unterstützen wollt adrian ich habe patron ab drei euro im monat könnt ihr mich unterstützen ab einem gewissen betrag bekommt ihr sogar stuff teilweise von mir zugeschickt und ja wenn ihr das vielleicht machen wollt oder nicht dann schaut mal unten auch in der video beschreibung nach ansonsten daumen nach oben liken abonnieren und so weiter und so fort das hilft mir das hilft euch zahlen sind nicht alles aber sie motivieren und ja ich hoffe ihr habt spaß wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin abdexid ciao